automatisch das gilt auch für kerrigans einheiten das sehr geil das natürlich herrlich ist so 1 2 3 4 und auf jeden fall drauf geht da habe ich also meine kleinen spielchen mein schwarm rückt gegen einen kristall vor schließlich uns an arthanes ja jetzt nicht also ich den weg dazu frei gemacht mädel komm schon bau 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 schneller ich hätte dich gern noch als knötchen knötchen wöw wöw paar neuner also ein paar ss kann man immer gebrauchen und noch ein paar dreier gut f2 komm mal mit wir testen euch mal aus zack einmal ruft das funktioniert da schon mal nicht das aber schon dabei schon dabei erst mal kristall zerstören genau die decken ist wohl interessant das ist erstmal ohne kristall neutralisiert meine sensoren erfassen noch drei weitere hier echt kann es also zielen das schon mal gut und zack stoppt bitte 1 2 3 4 5 die dunkelheit wird uns weichen akubake kann ja darüber hüpfen genau so einmal dich wir sammeln uns noch mal ganz kurz hier oben ich mobs mich dich mal kurz einfach nur damit ich da mein portal stein kriege und wenn du schon mal dabei bist ich hätte gern noch mal ein von dir ach komm was doch reicht wir brauchen ein paar ss so ein blödsinn nicht genügend mineralien ich bin hier in die schaden ich würde sagen wir fangen trotzdem hier unten an einfach weil es so zack das können wir echt nicht auf die einen aufwirken wir werden ich habe mal schon erschaffen was über ein archon ist sogar nicht fertig stimmt ja aus dem vorspann merken ach weißt du was hier ich glaube ich gar nicht töten hahaha für art anis ich fühle mich erstmal das kaputt machen die verteidiger wurden vernichtet zerstört den kristall so schnell wie möglich bin dabei bin die rest kümmert sichert kerrigan so wöw 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 zwei kristalle wurden zerstört ich vermute armons streitkräfte werden uns die nächsten beiden nicht so einfach überlassen wie kommst du nur verbrauchen sich um unseren nexus zu attackieren macht die verteidigung bereit nach keine mineralien mehr wir sammeln uns erstmal da ganz kurz weil da kommt ja irgendwas was uns angreifen will was auch immer ist sein mag sammeln wir uns mal moment was da jetzt auch lang und sagt mir keiner ich sichere einen kristall höchstpersönlich art anis schließt dich mir an wenn du willst so auf geht es da sammeln die dunkelheit wird uns weichen nach kerrigan wo sieht der hinten mit rum ähm ja wäre schön wenn wir die noch mal gehabt hätten vor allem jetzt lasst uns weitergehen kerrigan ich brauch dich komm schon vor deinen bewegten hintern genau so ist schön das ist uninteressant da raus das wäre der nämlich nummer 3 aber ich weiß noch immer nicht ja gut die zusätzlichen unsere krieger werden den kristall auf euren befehl hin zerstören es haben sie schon längst getan und das portal wird instabil wir müssen den letzten kristall zerstören die zeit drängt wir klingen in meinen marsch krieger lasst sie den nexus nicht erreichen genau deswegen sind wir ja hier so wir brauchen auf jeden fall ich hätte auf jeden fall gerne noch ein paar von euch habe ich viel zu wenig benutzt ich suche die unwürdigen warum nicht ich suche die unwürdigen da können wir noch ein paar tees dazu holen zwei ihr habt nicht gelügend Männer Kassade Templari wir werden es überstehen zack zack wir werden eins unser geist ist unbeugsam komm schon mach mal ein bisschen schneller ihr habt nicht gelügend Mineralien so Artanis beeil dich mit diesen leeren kristallen mein Schwarmcluster ist ganz schön angeschlagen ja ja ich muss mich aber erstmal hier rum kümmern und den Rest kümmern wir uns noch so um die will ich unser zweck verändert uns ich vernahm euren Ruf das, das und das genug mein Schwarm zieht euch zurück wir regenerieren uns am Schwarmcluster genau aber ich hoffe ja noch dass man hier irgendwo was findet wir haben ein xelnaga gefäß geborgen bereitet alles auf den transfer vor unglaublich trotz aionen in diesem zustand sind diese geräte noch bei voller energie wir werden es überstehen ähm wo ist hier noch eins nein 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 die zweite energiequelle der xelnaga ist in unserem besitz ich empfange nur noch ein signal aber wo aber wo hm unser zweifel unsere gedanken sind klar lasst uns weitergehen so einmal da drauf vermutung wäre ja jetzt so dass das hier irgendwo ist ich übe mich so diene ich ich vernahm euren Ruf das ist das letzte der gefäße charax verstanden ich transferiere jetzt die letzte energiequelle mein schwarm rückt gegen einen kristall vor schließt dich uns an ja ich komme schon herz mich nicht ähm stop du kannst weg du kannst weg und du kannst weg sag hat die natürlich ganz schön kaputt gemacht nachdem bei ah natürlich nicht über nachgedacht das hat hier für eine störung im ton ich vernahm euren Ruf Olog Natal was hat das denn grad für eine störung im ton jetzt lasst uns weitergehen und zack so diene ich ich fühle mich komm schon geht rauf verrecke der letzte kristall wurde gesichert zerstört ihn und der sieg gehört uns schon dabei schon dabei kevin wusste noch irgendwie richtung base das ist das ist ein das ist ein Das war's für heute. Dann tu es mir gleich. Schließ Allianzen, unterwirf deine Feinde. Tu, was nötig ist, um zu siegen. Überleben ist kein Zuckerschlecken. Unsere Führungsstile sind sehr unterschiedlich. Ich danke euch dennoch. Mögen wir uns bald wiedersehen. Was ist denn hier los? Fertig, danke. Für nichts sehen. Einheit mit Psi-Sturm. Hab ich schnell. Schade. Na gut, damit sind wir am Ende der Folge gekommen. Ich bedanke mich für das Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.